Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2019-2020, 37 Spieltag, HLFC gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, HLFC, Eisele, Karsenhöfer, Mai, Vorlecht, Sternberg, Siree, Neifeld, Somm, Mann, Guttau, Devins, Beuth. Startelf, Kaiserslautern, Spahitsch, Dominik Schatz, Kevin Kraus, Arnold, Schulz, Schiftri, Bachmann, Henrik Zuck, Florian Pick, Christian Kulwetter, Lars Rösler. Das war's von HLFC gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern, 13 Uhr 33.